Hey und Willkommen! Immer wieder wird bei uns in der Community die Frage gestellt, welcher Einsteiger bis Mittelklasse PC den Preis günstig und gut für Spielen von DSM Spheres und auch sonst so das übliche halt abdeckt, was man so mit einem PC anstellt. Ich habe daher mit dem Rat von ein paar Experten Computer für euch ausgesucht, die wir guten Gewissens empfehlen können. Das günstige Einsteigermodell der AMD Ryzen 5 und eine Vega 8 Grafik. Wenn der Geldbeutel bei euch nicht ganz so locker sitzt, dann ist der AMD Ryzen 5 sicher die beste Wahl. Für ausreichend Power um die Sims 4 ja mit immerhin mittleren Einstellungen und in Full HD spielen zu können, sorgt eine Vega 8 Grafikeinheit auf dem Chip. Eine kleine 256 GB SSD Festplatte plus eine 1 TB HDD bieten Schnelligkeit und jede Menge Platz für alle Packs und jede Menge Motion CC und auch noch Puffer für anderes neben die Sims 4. Den Link zum PC habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Die preislich ähnliche Alternative. Wenn euch der Speicherplatz weniger wichtig ist als die Grafik, dann holt euch den preislich ähnlichen Intel Core i7 mit AMD RX 550 Grafik. Damit lässt sich das Spiel superflüssig auf hohen Einstellungen spielen und der PC verfügt zudem über eine doppelt so große SSD mit 512 GB. Hat aber, ja das ist das Marco, keine HDD Festplatte im Vergleich zum vorherigen Modell. Das reicht zwar für alle Sims 4 Packs, aber ist insgesamt doch so ein bisschen knapp. Falls ihr also mit dem Speicher klar kommt, da ihr neben die Sims 4 sonst nicht viel drauf speichert oder vielleicht noch so eine HDD Festplatte externe rumlegen habt, dann schlagt hier zu. Darf es ein bisschen mehr Grafik sein? Das gute Mittelfeldmodell der Intel i7 und GTX Grafik. Die Sims 4 lässt sich bei diesem PC in Ultra-Einstellungen locker mit 60 Bildern bei Full-HD-Auflösung superflüssig spielen. Der PC mit Intel Core i7 Prozessor und der viel schnelleren GTX 1650 Grafikeinheit bietet ebenfalls schnellen SSD-Speicherplatz mit 512 GB. Das ist ausreichend, wie gesagt, für alle Packs, aber insgesamt dann doch so ein bisschen weniger Speicherplatz. Vor allem auch beim günstigsten Modell, wo ja noch die HDD Festplatte drin ist. Ja und High-End, hier wer noch etwas mehr Power und Speicher will, das Top-Modell mit Ryzen 7 und GTX Grafik. Die Sims 4 lässt sich damit locker auf Ultra-Einstellungen mit 60 Bildern und mehr in 2K-Auflösung und sogar noch mehr spielen. Hier wird ein schneller AMD Prozessor mit einer Nvidia GeForce 1650 Super-Grafik-Karte kombiniert, die beide noch mehr Leistung bieten. Eine schnelle 512 GB SSD plus eine 1 TB HDD stecken da drin. Diesem Rechner geht so schnell nicht die Puste aus und wenn ihr neben dem relativ genügsamen die Sims 4 noch etwas grafikintensivere Spiele zockt dann und reichlich Platz auch noch natürlich haben wollt, dann ist das die beste Wahl für euch. Ihr merkt, es ist gar nicht so einfach. Hier seht ihr noch mal alle Modelle im Vergleich. Jetzt steht die Qual der Wahl an. Alle Computer bieten übrigens hatte 16 GB RAM-Arbeitsspeicher Windows 10 Pro sowie alle gängigen und ausreichend Anschlüsse wie HDMI, USB 3.0, DVD-Brenner, WLAN und Co. sind auch mit drin. Die Links zu Amazon findet ihr in der Videobeschreibung. Bitte beachtet, dass sich die Preise, die Verfügbarkeit und die Ausführungen stets natürlich ändern können und kontrolliert diese dann also, bevor ihr das bestellt, noch mal. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und falls ihr noch Fragen habt, kommentiert das hier gerne. Sonst kann ich euch auch auf unseren Discord-Server verweisen, denn dort gibt es einen Technik-Channel, wo ihr euch austauschen könnt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.